Wir wollten an dieser Restarrea eigentlich rausfahren und anhalten und ein bisschen essen, aber die gefällt uns noch nicht so. Hier gibt es nicht wirklich was fürs Auge, deswegen lassen wir die einfach links liegen und steuern die nächste an. Und wie man sehen kann, das Land weit und breit, nichts. Aber nicht mal ein Netz. Wir haben momentan auch kein Netz. Wir sehen, wie die nächste Restarrea ist. Was dann? Wir sind jetzt schon 1666 Meter hoch. Und eben hat man die Berge, die da hinten noch gesehen. Moment. Hier kurz die Straße. Es geht auf und ab, aber stetig bergauf. Mal sehen, ob die Berge hier hinten noch mal auftauchen. Nein, das war hinten auf der Auge. Wo die Schneekuppen besetzt sind, da haben wir voriges Jahr eine Nacht gekämmt, wo mir die Luft ausgegangen ist. Vielleicht kann man es jetzt leicht erahnen, da hinten. Ich weiß, wir sind so, wie die Schlagen ne so. Untertitelung des ZDF, 2020